herzlich willkommen zu pubg mobile mit dabei sind alle ich sag jetzt nicht in der tat hast du keinen schwarzen bildschirm mehr eigentlich nämlich auch okay warte mal ich bin vorbeigeflogen fast dach ich gehe aufs dach oder sind noch andere ich glaube ich komme ja moment um p ab da ab nummer 2 glaube ich so gut wie alle tot hier ich gehe in die noch einer muss noch sein nur noch ein schiff hier jetzt muss ich ja noch ja bei mir bei mir sei denn ich habe keine waffe wo bist du eigentlich nein ich bin in den häusern und loote alle alleine ich bin in den häusern und loote alle hier ist gar keiner ich komme zu dir nick ey nein nicht alles weg looten ich bin gerade erst mit dem ersten haus fast fertig hallo ich brauche du mit die m alter ich brauche du alter die zone ist ja haben wir aber glück gehabt nochmal wir müssen schnell looten ey wir haben nicht wir haben die zeit runter gestellt ey es gibt unterschiedliche rucksäcke rucksacklevel 1 und rucksacklevel 1 ist die neue waffe besser als die ak also die ja ja also gefühlt schon hat ich habe die neue waffe welche von den beiden diese komische die m7 die m762 ja die m762 ja die ist voll geil die waffe damit haben wir eben voll rasiert alter der licht an einer turnhalle ist auch krank eng ja den habe ich gegillt der hatte nichts liegen überall welche der ist gekrochen in die turnhalle und dann habe ich ihn weggenebelt nummer eins kommst du auch in die zone nummer eins muss noch looten ich habe keine gute waffe ich brauche endlich mal ich habe nur ich brauche endlich mal irgendwie einen rucksack oder so hast du noch keinen in der schule lagen 1.000 1er rucksack achso ich brauche hier liegt hier sind 2er und so hallo guten Tag was ich aber habe ist eine goldene shotgun müssen gleich ohne mit 1 30 hallo ne bleibt noch in den häusern ja hier ist 2er ok ich will aber noch schnell aufs dach gehen hier gucken na kann wo ist denn hier ein 2er rucksack ja die liegen überall da oben glaube ich ganz oben mal gucken auf jeden fall lag da irgendwo was ich habe ein 2er rucksack ist bombenzone ne da wo ihr seid seit den häusern ja wir sind in den häusern ja wir sind in den häusern denen gegenüber von der schule sind wir ja ich sehe ey wir sind ja mein auto geht jetzt kaputt das wäre cool hart er kämpft das auch hingelaufen und kohlen hier ist einer wo wo ah ich hier bei mir ja hier bei mir hab einen hab noch einen da ist noch einer hinterm haus wo 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 ok hier ist noch einer hier ist noch wo der ist down das sind alles unterschiedliche teams boah alter wie krank ey nicht weg kriege ich nen kolle hier wenigstens ne wasse für mich nen besser dach der hat ne sky a holzennase was ist das für ein scheiß der hat 5 und 6er auch holzennase ey wie krank wenn du willst nimm der liegt da noch also der haupt nicht ab wir müssen jetzt der kann nicht abhauen einer braucht ein auto noch ich hab nen buggy ich kann einen mitnehmen ja wen nimmst du mit ne komm ja egal meint hast du die waffe ich hab die iska komm ich jetzt oder nicht ok du kannst doch nicht drauf ich lauf hinterher warte ich spring rauf geht noch wer nee warte ich schmeiß mike hier aus der zone raus einer zogen an den zonenrand und holt die andere an warte mal ist hier irgendwo ein auto noch was holen können warte mal ist hier irgendwo ein auto noch was holen können wo ist denn die zone gerade schaffen wir das noch irgendwie kurz Richtung schule ja würden wir es schaffen mit dem auto runter wenn wir mit dem auto wieder zurück kommen normalerweise müsste hier jetzt geradeaus ein auto stehen normalerweise müsste hier jetzt geradeaus ein auto stehen ja eigentlich schon ja eh keins eh es ist hier keins wo sind die autos denn hier ne raus hier ist ein buggy hier ist ein buggy ok ich geh zum haus mike hat auch ein buggy wir kommen jetzt wir sind jetzt bei den häusern im haus da ist nichts drin ne keiner drinne ja auch nicht aber hier sind nur pistolen shit 43 leute nur noch ok wir kommen jetzt wir sind da ja da ist nichts drinne ja seh ich schon du kannst einsteigen wir haben zwei wackees wohin wo wollen wir hin jetzt mal gucken muss mitte zone lasst doch fahren fahren oder nach milter rhein rechts kamikaze Ach, du bereichst mir noch mal nehmen. Rabieren. Lootjob wird abgeworfen. Ja, bestimmt Militärweg. Hier ist ein Viererauto. Ja, lass das mal nehmen. Da läuft einer im Haus. Wo? Auf E. Ja, warte, dann ist es hier. Okay. Nehmt ihr das Auto, okay. Warte mal, ich tausch mal. Hier könnte aber noch jemand sein. Lade nicht nach, nimm die Munition, du Aster. So, ich bin fast voll jetzt. Hier ist ein Dreifachsculpt drin. Sonst ist hier nichts. Hier ist 7-6-2, Muni. Gut, hart. Hier ist noch ein Rotpunkt. Hier ist ein M16 drin. Ich würde sagen, wir können eigentlich erst mal kurz bleiben, ne? Ah, wir sind genau auf dem Zonenrand. Lui. Das würde sich Militärbase hinziehen. Wollen wir Brücke fahren? Brücke wäre eigentlich gut. Der Sniper zielt hier rum. Der hat die Bäume gespawnt. Wollen wir mal die Brücke. Hier war die. Ich weiß, warum es nicht geht, die Monitoraufnahme. Warum? Dann muss ich doch wieder die X-Bumps ändern. Ich muss doch wieder in Geforce-System-Sperrung gehen und dann nicht Hochleistung, sondern Benutzer definiert. Ah, okay. Wie bist du so safe hier drin, ey? Also ich kann nicht von Weitem weg gucken, weil ich hab, na, Kampfmäßig. Bin ich will. Aber auf der Brücke ist keiner. Ein Dreier haben, Dennis? Aber ich würd trotzdem rüber fahren. Ich hab ein Sechser. Ja, wir müssen erst mal gucken, ob wir hinter die Brücke müssen, Mike, oder ob wir hierbleiben müssen. Wir wissen ja nicht, wo wir hin müssen. Ja, dann würde ich aber nicht über die Brücke rennen. Ja, wir sind richtig... Hallo, wir sind die Kampfschweine Galactica, ey. Ich hab sowieso keiner. Ich bleib jetzt erst mal hier und warte. Da kommt ein Loot-Drop, oder? Was ist das? Ja, kommt ein Loot-Drop direkt auf uns zu. Ja, wissen wir nicht. Kann auch Leucht-Pistole sein, gibt's jetzt. Leucht-Pistole ist ein Loot-Drop. Wir spawnt das Boot auf 190. Hä? Wir spawnt das Boot auf 190. Oh nein, ein Boot wurde gespawnt. Nee, das ist, glaub ich, Dings-Loot-Drop. Auto! Ah, ich hänge fest. Ich hab den gut mitgegeben. Er hat noch nichts abgeworfen. Doch, da hinten. 220. Ja, dann zieht die Zone sich da hin. Scheiße. Habt ihr den? Nee, ich hab den voll angehettet. Ich hab den auch angehettet. Ich hab nur das Auto getroffen. Wo ist denn der, Nick? Ist der ins Haus gefahren da? Der ist auf 170 hinter... In dieser Tankstelle ist er. Okay, den könnten wir. Das war nur einer. Das heißt, da sind eigentlich zwei drin. Wir haben jetzt kein Auto. Nee, einer. Hä? Meik hat das Auto jetzt gar nicht genommen. Ich glaub, einer. Nein, weil ihr habt gesagt, ihr läuft drüber. Ich hab gar gefragt. Ja, das. Schüsse. Okay, er schießt. Auf mich. Echt? Ja. Vom Boden. Äh, äh... Tankstelle. Mit Berg, irgendwo. Nein, von hinten. Hinter uns. Hinter uns. Ich muss mich heilen. Ich muss mich auch heilen. Fuck. Aber wir sind nicht ein großes. Sie müssen hierher kommen. Sie müssen hierher kommen. Schüsse. Sie müssen hierher kommen. Hat nicht... Nick hat doch einen Sniper, ne? Ja. Ich kann nichts machen. Die schießen auf... Die treffen mich. Ja, am besten jetzt hinterm Gebäude weitergehen. Hinterm Auto. Da treffen sie dich eigentlich nicht. Wenn einer down ist, dann brauchen wir. Nein. Wie viele sind denn da? Auto. Nein. Ja, ich bin auf dem Feld. Ich brauche nichts mehr. Tot. Der ist tot. Auf der Brücke sind noch welche. Headshot kassiert. Zwei noch. Einer am Haus. Und einer unten. Warte nicht. Hinter uns, Mike. Hier vorne. Einer unten. Schrocken. Ich werde von hinten an geschossen. Nick, geh da nicht. Einer down, einer down. Ich bin hart angefrackt. Muss mich heilen. Beide down, Mike. Beide down. Es muss nicht geheim werden jetzt. Beide down, Mike. Ja, ich... Ich bin fast down. Muss mich heilen. Ich weiß nicht, ich bin fast down. Wir werden von beiden Seiten attackiert. Das ist scheiße. Oben im Haus ist einer. Ja, ja, ich weiß. Ich kann nicht rüberrennen. Wenn ich jetzt rüberrenne... Nee, bleib knapp. Nächster down. Ich bin hier. Ich bin fast down. Nein, von vorne noch. Ich bin da. Von wo? Ich bin im Haus drin. Ich habe keine Heilung mehr, richtig. Ich habe vier Bandagen. Ihr habt euch geheilt. Soweit. Fuck, ich bin hier hart in den Kampf. Hart. Mike, du musst dich auf der Brücke in Schach halten, weil ich... Ich habe keine Munition mehr. Fuck. Ich komme nicht weg. Hm. Kannst du den Nick aufheben? Nick ist so. Da. Okay. Einen habe ich. Ja, vor der Brücke ist nur einer. Ja. Den versuche ich jetzt zu holen. Der ist beschäftigt, tot. Äh, andere Seite der Brücke kommen welche. Der hat auf welche geschossen. Kommt ihr? Ich bin schon bei dir. Ich bin schon neben dir, Dennis. Wow. Ich habe dich nicht gesehen. Äh, von der Brücke kommen welche. Der hat nämlich auf welchen geschossen, die auf der anderen Seite der Brücke sind. SKS braucht einer. Es wäre hier. Ah, ich brauche 556er Muni. Ich brauche 556er, 762er. 762er, ganz viel, äh, hier ist ganz viel. Kann ich problemlos zu dir kommen? Ich komme mal kurz zu dir. Ja, müsste gehen. Ich habe die im Haus erledigt, die beiden. Die sind tot. Gut. Äh, Brücke achten bitte, einer. Ja, warte, ich ziele auf die Brücke, kommt. Ich gebe euch Deckung. Ich habe euch hier. Ja, bin drin. Kommt ihr? 762er Muni. Ich habe die Brücke im Visier. Bin auch da. Ich teile, wenn ich gleich aufhebe, welche aufhebe, teile ich die auf. Oben, hier oben, hier oben sind. Hier oben ist Muni. Zwei Rucks ist zwei. Ach so, hier gibt es noch höher. Hab ich weggepustet, beide. Haben keine Chance gehabt. Dein hat den Gehalt mit der Kamio weg. Hä? Was haben wir denn auf? Hä? Ich scrolle. Oh. SKS wäre da noch. Achterscope wäre hier. Achterscope. Ich nehme SKS. SKS, Achterscope habe ich hier. Braucht einer? Achterscope. Mike, hast du? Ich brauche einen, bräuchte einen Scope vielleicht. Hä? Ne, ich habe einen Achter. Ich habe einen Achter. Okay, ein Zweier hätte ich noch abzugeben. Dennis, ein Zweier? Äh, ne. Brauche ich nicht. Den lege ich trotzdem hin. Muss ich kurz heilen. Bin nämlich ganz schön runtergebuzzelt. Die müssen hier nur eine Granate hochwerfen. Ne. Brücke, Brücke, Brücke. Ja, ich sehe sie auch. Betrefft ihn nicht. Einer. Ist nur einer. Kein einer zu sein. Ist jetzt rechts. Link. Ein Mann gilt. Hab ich ihn. Warum? Wir sind vier Leute. Das ist ein Auto. Kommt, Brücke. Nein. Er hat Platten. Schießt aufs Auto. Die müssen da. Die müssen weg. Die können wir hier nicht. Äh, wir müssen los. Achtung, Schlüssel von irgendwoher. Auto ist tot. Hinter uns. Hinter uns. Neben uns. Äh, wir müssen Zone jetzt. Wir müssen uns überlegen. Nee, Schüsse von der Brücke. Kommt laufen. Kommt, lauft. Richtung Brücke. Äh, Richtung Zone. Nick macht's richtig. Der läuft jetzt auch weit. Komm, wir laufen hier hinten lang. Hier Berge. Wir haben hier Berge. Das scheinen nicht die letzten zu sein. Ja, Schüsse von der Brücke immer noch. Ja, aber komm, wir müssen in die Zone. Oh Gott, 2000. Die haben kein Auto, ne? Ja, fast die 100 Meter, ne? Jetzt aber, jetzt. Wir müssen Gas. Beine in die Hand. Wir müssen auf die andere Seite. Müssen wir auf die andere Seite? Nein, müssen wir nicht. Echt nicht gut. Äh, warte. Wenn die hier hinterlaufen. Nee, wir müssen überhaupt nicht auf die andere Seite. Das wird eng jetzt, ne? Wir müssen richtig laufen jetzt. Wenn die über den Berg kommen, haben sie uns. Ja, die haben kein Auto. Wie viele Kills habt ihr? Ein. Ich hab wieder so viele, ey. Zehn. Ach, weil ich die auf der Brücke alle geholt hab. Ich hab die ja im Haus erledigt. Ihr müsst laufen, ey. Wir müssen jetzt echt Gas geben. Aber der eine auf der Brücke hatte auch Probleme. Also die auf der Brücke. Die haben das Auto verloren. Ich hab die Gummi geben, Alter. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden... Pusht euch mal mit Dings. Mit Energy und so. Na, ich hab meine Läuste ist noch. Zone kommt. Ja, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Die stehen jetzt neben uns, stehen wahrscheinlich hier. Da hinten ist ein Buggy, aber das schaffe ich nicht, den zu holen. Wir kriegen echt Schaden jetzt. Ja. Nicht viel, weil... Ach, wir müssen über den Fluss rüber, ne? Nein. Nein, nein, wir bleiben auf der Insel. Ich könnte es schaffen, 250 Meter noch. Ja. Könnte schief gehen. Ja, ich schaff's knapp. Die kommt... Da ist ein Haus, das könnten wir mitnehmen. Da ist es drinnen noch. Die werden auf jeden Fall jetzt welche an der Zone sterben. Und dann voll heilen. Nick ist nicht voll geil. Ich hab noch 150 Meter, jetzt bin ich drin. Du dropp auf 300 Meter. Ich bin draußen bei 150 Meter. Ja, draußen. Aber es ist nicht so viel Schaden. Das schaff ich. Okay, ich bin auch draußen. Ja, schaffen wir locker. Ah, aber wenn die Zone ankommt, kriegt er richtig Schaden. Jetzt kriegt er Schaden. Okay, ich leg mich hier hin. Ich bin in der Zone drinnen, heil mich. Ich renne ins Haus. Ich hätte eine volle Medi-Tasche für einen. Ach, ich muss doch nur Bandagen nehmen. Schüsse. Ja, ich lieg hier nämlich, scheiße. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Nee, der ist außerhalb der Zone. Nee, der ist noch in der Zone. Der ist hier oben am Berg. Irgendwo. Das ist ein Auto. Auf 10. Gute Position. 10? Hm. Kann sein, dass er da auch ist. Auf 10. Ja. Ja, da ist ja einer. Da steht, ja, da wird auf jeden Fall geschossen. Wir haben eine Minute Zeit. Müssen nicht weit laufen. Nee, wir haben es gut. Wir haben es nicht weit. Okay, sind welche außerhalb der Zone gar nicht gestorben? Da oben ist aber einer. Der geht mir auf den Sack. Sniper. Der hat eine fette Sniper. Oh ja. Hört sich nicht gut an. Das ist ein normaler Sniper, glaube ich. SKS oder K, würde ich sagen. Ich krieche in die Zone. Kommt her, ihr habt da Deckung hier. Oh nee. Oder? Ja, hier nicht mehr. Weiß, die Berg sind auch welche. Ah, geduckt laufen. Vor uns, aber hinten, Mike. Hinten, gegenüber am Berg. Ich würde sagen, wir gehen nach rechts. Hier hin. Nicht nach links. Ja, hier hin. Hier haben wir Deckung, noch wegen den Bäumen. Oha. Hier sind wir jetzt gar nicht mehr geschützt. Aber hier. Aber ich habe Bäume hier. Jetzt nach hier gelaufen. Dann kann ich mich hier von hier hinten anpushen. Achtung, da ist wer, ne? Vor euch, da hinten. In den Häusern ist bestimmt auch wer. Jawohl. Es sind nur noch drei. Ja, die drei. Es sind nur noch drei. Ja, drei Gegner wahrscheinlich jetzt noch. Die müssten auf dem Berg sein, vorne. Gegenüber von euch. Sehe ich aber auch keinen. Ist der rechts schon tot? Ja. Da läuft einer. Wo? Wo? Schieß, schieß, schieß. Wo denn? Wo denn? Berg. Ja, dann. Nein, komm weg. Da sind zwei. Down, tot. Äh, down. Down. Oh. Okay, der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Ich aber auch. Lass, lass. Gleich. Wir müssen da hin, ne? Wir müssen da hin. Wo sind die anderen? Es sind nur noch die zwei. Wo? Wo denn? Äh, 320. Auf dem Berg. Wir müssen doch jetzt hier vorne sein, ne? 325, Hinterbau. Verbein, angehiltet. Dreimal. Wo, Nick? Kannst du mir ungefähr... 325. Ich renne übers Feld, damit er vielleicht rauskommt. Angehiltet. Nick, sag mir an. 325 immer noch. Immer. 325, ja, hinterm Baum. Angehiltet. Kommt raus. Down. Jetzt, Waffe wechselt, ran. Ab ihn. Gut, einer noch. Hin, hin, hin. Ja. Klack, bam. Weggenudelt da. Oh, nice. Aufnahme. Nice. So, das war wieder eine Rolle für Active Mobile. Weihnachten, 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 Lassen, Leiter. Willst du mehr, können wir uns doch wieder sehen. In der Tat. Schupf. Tschupf. Tschupf.